Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Faust. Wir müssen noch eben warten auf unsere Schwester. Keine Rückmeldung, ich bin da. Äh, was soll ich gemacht haben? Ich wollte aus Fell und was? Und, ach ne, aus der Eidechsen, Fell und Blätter. Haben sie natürlich nicht, weiß ich, dass Eidechsen kein Fell haben. Wo ist es denn jetzt? Hä? Haben sie es weggeschmissen? Sag mir, ich habe es jetzt weggeschmissen. Ich habe es nur in meine Hand gelegt. Ach, was hast du denn? Ohne wieder. Sag ich doch. Oh, ich werde das rohe Fleisch, oder? Ich nicht, mir geht's gut. Aber ich werde das rohe Fleisch mal... Aua! Lässt sich nicht aufhängen, oder? Ne, lässt sich nicht aufhängen. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt eine Quelle. Ja. Wie geht es eigentlich aus mit der Eidechsen-Haus? Oh, Reh! Renn in deine Richtung. Ohne ist dein Ruhm. Oben, unten? Da hinten steht's. Da hinten steht's. Da hinten steht's. Und dann ist dein Bambini so frei. Guck mal, du bist so leicht. Bei drei. So, bidu, bidu, renn nicht weg. Ey Bambini! 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 Blöd! Ah, ich hätt's fast da wiss. Fremd jetzt auf unser Hauswert zu. So, ich hab's nur mal eben ganz... ganz schnell Ton ein bisschen lauter gemacht. Hast du's? Das weiß ich, ich hol meinen Sperr. Komm, mach das voll. Nein, für das Eichhörnchen. Das ich jetzt nicht mehr sehe. Ich find' ja noch... Es gibt doch keine Wölfe. Nein? Warum? Die haben doch was geheult. Nein! Es gibt keine Wölfe. Das ist ein Stein. Den kann ich nicht aufspießen. Eigentlich hätte ich ein Foto unter... Gemüselager. Eines davon war bestimmt, dass sie sich fangen wollte. Hast du auch Trommeln gehört? Nein. Es gibt nur, dass sie Trommeln und irgendeine Heule. Ach, Mann! Diese verdammten... Ich weiß nicht, ob es Trommeln waren, aber... es halte sich so an. Nein, ich weiß nicht. Ich hab's ja immer nur Beheulung genommen. André! Ja, ist gerade an mir vorbei. Ah, okay! Ami! Ja, ich auch. Ich komm von der anderen Seite gerade. Gut. Wir müssen jetzt aufsuchen! Wo ist es? Echt jetzt? Bist du ein kleiner Penner? Bist du ein kleiner Penner? Ja, lass es zu gehen bitte. Wo bist du? Du? Nein, nicht du. Ja, ich bin da oben dran. ist auch klar so richtig ich meinte nur das Bambi oh, bist ein Penner das ist dann nicht Wofür brauchst du denn Baumfell? ja, ich lerne es nie ich lerne es nie hier liegen aber noch welche wo ist denn das Baum? mach da ich hab's nicht gesehen juhu, die Plattform ist fast fertig und Steine hab ich auch warte, wo war das Ding? Mauer unsere Kaninchenfalle ist jetzt zugeschnappt ja, ist sie juhu, die Mauer ist fertig hast du gehört? ja, die Mauer hast du das Kaninchen getötet? nein ich lerne es jetzt nicht in unser Haus ich lerne es nicht weg das ist es und ich gucke mal hast du schon wieder neu aufgestellt? ja, hast du jetzt machen wir jetzt machen wir Sonst hätte ich das nämlich jetzt gemacht deswegen fragte ich nein, das wäre viel ich dachte, wenn ich so aufs Feuer wäre nein nein, nicht machen das weiß ich auch, was ist das was ist das das arme Vieh nein, das ist so ein Hirsch ein Reh ein Bambi nein, mach nicht ja, du Schwimmirsch du läufst gut an der Mauer vorbei verdammt egal du hast Hunger du brauchst etwas zu essen okay was ist mit dem Arschloch? was? was ist mit dem Arschloch? ach, nö nö nö, so gut es sieht immer aus am verdursten ich hab'n Soda aber ich weiß nicht, wie es die dir gäbe ich bin stolz auf dich komm, nicht jeder ach, das war Fuchs und Igel die Gute Nacht waren ich hab'n Soda Eichhörnchen und Kaninchen okay vor allem gibt's den Unterschied hier in dem Spiel? von Eichhörnchen und Kaninchen? ach, Eichhörnchen ja, eigentlich ja, jetzt hab ich's gematt Hase und Kaninchen Hase und Kaninchen Hase und Kaninchen ich hätte mich auch gewundert wird dunkel, richtig? Wir brauchen noch 20 Baumstimme. Und warum juckt er meine? Anscheinend. Was wird das denn jetzt? Jetzt kannst du den Baum schlagen. Ja, schlimm, oder? Dann kommt noch weiter. Den lock ich mir auch noch ein. Wie bei Dinks. Wie heißt der Film? Klub der Toten Dichter, wo die in der Höhle sind. Jetzt bau da dran. So, die Plattform ist fertig. Das ist so eine geile Vorstellung. Soll ich mal den Baum jetzt? Soll ich jetzt mal mit dem Baumhaus fällen? Wir brauchen noch Holz. Das war ein Scherz. Stock. Stock. Gib mir den Stock. Dankeschön. Jetzt war das ein Meguon. Das war ein Scherz. Das ist so eine Scherz. Und es fehlen noch, rechnen muss man kommen, 12 Baumstämme. Ja, und ich habe gerade am Baum geguckt. So, jetzt fehlen noch 10. Und wir sollten schlafen gehen. Ja, kann ich gut. Habe ich heute Morgen auch mit dem Hund. Und ich weiß nur nicht mal, was ich gesagt habe. Ich habe immer die Bombe rutscht. Ja. Vor allem noch im... Habe ich doch gesagt, dass ich die fertig gemacht habe. Entschuldigung, ich war so beschäftigt mit dem Bombe rutscht. Nein, du warst beschäftigt mit dem Hasen. Okay, ich war beschäftigt mit dem Hasen neben dir. Kein Hasen. Achso. Ich war es nicht. Ich sitze nur neben dir. Ich sitze nur neben dir. Ich weiß nicht, bitte was. Der Baum fällt in die Hautlupe. Mh... Jetzt, komm her! Hallo? Ich bin schön. Ja, Moment ich komme auch sofort. Jetzt der Baumstam. Tut mir leid ich hab nur Soda. geprägtet, dass er jetzt sagt, so Durstigkeit, was? Ja, können sie gut. So viel zu Glitches gestern. Ah! Reh ist genau an mir vorbei. Ja, hier vom Haus. Komm jetzt direkt auf dich zu. Komm, wir müssen ins Bett. Da ist noch ein Reh. Nein, das ist kein. Komm. Komm ich ins Haus, hallo? Felix. Hey, das Spiel hängt mal wieder. Nicht mehr. Ich hab hier übrigens jede Menge Fleisch im Feuer. Jetzt komm, damit wir schlafen gehen können. Und der Junge mit der Mundharmonika. Ich weiß es nicht, musst du ihn fragen. Oh, ich glaube, ich tue mir gerade selbst weh. Meine Futteranzeige wird nämlich gerade nicht besucht. Futteranzeige. Ich bin nämlich gerade nicht angezeigt. Ich komme raus, fliegt ein Vogel seitlich neben mir her. Wie schön. Ja, ich wahrscheinlich jetzt auch, weil ich tue mir weh. Aber ich sehe noch nicht was. Oh, Reh. Oh, 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 oh. Zwei Rehe. In unserem Garten. Ja, praktisch. Ja, gleich. Und das andere Reh guckt zu. Ja, ich schlag das andere Reh. Kannst du mir helfen? So hast du dich überlegt, zu fliehen. Nee, ich hab's gerade gekillt. Laufen sie auch mal weg. Hatte ich schon so oft. Hau auf damit. Schwimm, kleines Reh. Jetzt lass los. Hallo? Ach, halt die Taste. Ja, wir dürfen mich ja nicht so viel rumliegen lassen. Ja, willst du den Kopf essen? Hm. Wie war's mit dem Affenhirn? Ach, Naseputzen erfolgreich beendet. Spiel hängt sich auf. Ich stand die ganze Zeit nur, also hör auf. Ich hatte einen See gefunden. Ganz weit drüben auf der Insel. Aber da müssen wir so weit gehen, dass es eine Tagaktion, die wir wahrscheinlich machen müssen. Hä? Das müssen wir natürlich noch verwenden. Ich könnte von der Führersteigtheit von dem Feind irgendwie geliebt sind. Also wenn man... Ich danke. Herzз